Ganze zwei Monate habe ich jetzt nicht mehr investiert. Getreu nach dem Motto Family First haben wir unsere Familienreserven, nenne ich sie jetzt mal, erhöht. Ich bin ja zum zweiten Mal Vater geworden in diesem Jahr und ihr habt es ja mitbekommen, die Kostensituation hat sich verändert und einfach die Rücklagen mussten dementsprechend auch steigen. Deswegen konsequenterweise zwei Monate nicht investiert, aber die sind vorbei und in diesem Monat kann zumindest wieder relativ normal investiert werden. Und deswegen habe ich mir natürlich auch schon ein paar Aktien angeschaut, die ich für mich jetzt interessant finde aktuell. Ihr wisst ja, ich bin eher langfristig unterwegs, also bei mir heißt interessant finde aktuell für langfristig interessant finde, wo einfach jetzt eventuell eine schöne Einstiegschance entstanden ist. Oder zum Beispiel auch für mich durch einfach jüngste Veränderungen, zum Beispiel auch mit FTX, einfach nochmal ein paar Sachen klarer geworden sind für mich. Einfach solche Gedanken habe ich mir gemacht und deswegen heute mal fünf Aktien, die ich einfach langfristig jetzt spannend finde. Ein, zwei Aktien davon habe ich schon im Depot und ein paar Aktien habe ich noch nicht im Depot. Ich würde sagen, wir legen direkt los, wir gehen direkt mal an meinen Bildschirm. So, ich würde sagen, wir wollen gar nicht lange fackeln. Die erste Aktie, die ich schon lange im Depot habe und jetzt auch wieder interessant finde, gerade weil sie jetzt nochmal so ordentlich zurückgekommen ist. Natürlich ist hier von Amazon die Rede. Für mich eine Aktie, die langfristig gesehen noch enormes Wachstumspotenzial hat. Einmal natürlich durch die Cloud-Sparte, die jetzt natürlich mal ein bisschen ruhiger wächst. Aber Cloud ist für mich immer noch so das Infrastrukturthema der nächsten Jahre. Auch wenn jetzt hier mal so ein bisschen das Wachstum abflacht, ist das für mich ein Wachstumsmarkt der nächsten Jahre nach wie vor. Und Amazon hat jetzt natürlich auch im E-Commerce-Bereich ein bisschen geschwächelt. Aber wenn man sich mal anschaut, was da im Hintergrund für Infrastruktur gebaut wird, wie viel da investiert wird und wie viel da auch umgesetzt wird aktuell, dann glaube ich, dass hier auch die Wachstumsstory noch nicht vorbei ist. Das setzt Amazon nach wie vor so ein bisschen ab von anderen Anbietern in dem Bereich. Und das Gute daran ist halt, dass Amazon halt diese richtig starke Cloud-Sparte hat, mit der man extrem viel querfinanzieren kann. Und natürlich, wenn das Ganze irgendwann mal aufgesplittet werden sollte, boom. Also da glaube ich, dann ist auf jeden Fall noch einiges drin. Amazon für mich auf jeden Fall zurück auf der Watchlist. Sehr spannend für mich in der Zukunft. Die zweite Aktie, die ich spannend finde, ist unter anderem BlackRock. Und zwar, das sind natürlich mehrere Gründe, aber der Hauptgrund oder der Grund, weswegen ich jetzt nochmal auf BlackRock gestoßen bin, ist einfach FTX gewesen. FTX zeigt einfach mal wieder, dass viele junge Player am Markt, jetzt FTX war ja so ein junger Player, war glaube ich die drittgrößte Börse weltweit. Das war ja ein Milliardenunternehmen. Nicht dahin gehören, wo sie aktuell stehen. Und so Firmen wie BlackRock, die machen es aktuell genau richtig und sind schon seit Jahren immer weiter im Kryptospace aktiv, investieren dort viel, bieten ihren Kunden immer mehr Krypto-Investments an. Und ich glaube langfristig gesehen, dass so Unternehmen wie BlackRock einfach diese Lücke füllen und immer weiter in diese Bereiche vordringen werden. Und einfach diese Seriosität, diese gute Compliance einfach hier immer wichtiger wird. Und man sieht einfach, dass da immer wieder Felder auch frei werden. Und ich finde immer so Salami-Taktik mäßig wird BlackRock hier Step by Step immer weiter reinarbeiten. Denn das Thema Krypto wird auf jeden Fall nicht weggehen. Ich glaube, es wird immer professioneller werden. Und dadurch wird es natürlich auch für institutionelle Investoren immer interessanter. Und da ist BlackRock die Adresse, mit der diese Unternehmen diese Adressen zusammenarbeiten möchten. Und nicht FTX, das ist hier sowieso vorbei. Und vielleicht auch eben nicht Binance und vielleicht auch eben nicht Coinbase. Muss man mal einfach abwarten, wie das Ganze so sich weiterentwickelt. Aber BlackRock natürlich auch abgesehen vom Kryptospace natürlich immer eigentlich eine schöne Aktie. Dann die dritte Aktie, Salesforce. Salesforce hat meiner Meinung nach einfach bewiesen, dass sie langfristig wachsen können, auch durch Krisen durchwachsen können. Wächst nach wie vor das Unternehmen mit ca. ich glaube 20% pro Quartal. Das ist erstmal sehr interessant, weil ja auch jetzt wirklich auch viel passiert ist und viele Unternehmen auch sparen mussten. Und man hat einfach gesehen, dass die Unternehmen nicht auf Salesforce verzichten können oder nicht auf Salesforce verzichten möchten. Die Aktie ist natürlich nicht so krass zurückgekommen, wie vielleicht die eine oder andere Tech-Aktie. Für mich vielleicht so langfristig gesehen so ein typischer Sparplan. Kann man sich mal anschauen, glaube ich. Ist glaube ich nichts Risikoreiches. Salesforce hat immer wieder jetzt auch schöne Zukäufe getätigt. Unter anderem ja zum Beispiel auch Slack. Und hat aber auch gezeigt, dass sie auch durch Zukäufe schön wachsen können. Dass sie sich da nicht unbedingt riesig verkalkulieren. Ich glaube, das ist eine schöne, interessante, grundsolide Aktie. Grundsolide könnte man von Shopify nicht unbedingt behaupten. Und dennoch ist für mich Shopify gerade jetzt nach dem Absturz, gerade jetzt nach der Ernüchterung so ein bisschen interessant geworden. Denn ich glaube, das Thema E-Commerce wird einfach nicht mehr weggehen. Das Thema E-Commerce wird noch immer wichtiger werden. Und Shopify ist einfach eines der Unternehmen, die in diesem Bereich einfach am meisten tun. Am meisten auch vorangehen und am meisten da auch entwickeln. Egal, ob jetzt für einen Konzern oder für Tante Erna von nebenan. Jeder kann Tirol Shopify nutzen. Und ich komme auch selber so ein bisschen aus dem Bereich. Natürlich muss man nicht drüber sprechen. Aktuell natürlich gewinnmäßig nicht. Ist da nichts zu holen derzeit. Aber es geht sich ja hier hauptsächlich noch nach wie vor ins Wachstum. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass auch bei anderen Hype-Themen, sag ich jetzt mal, irgendwann mal die Luft rausfällt, wenn man sich das mal anschaut, dann kann man das hier sagen, dass wir hier auf jeden Fall ein Hype-Thema hatten. Und plus 1.750 Prozent. Jo, das ist auf jeden Fall ein Hype. Und der ist jetzt natürlich so ein bisschen abgeflacht. Die Aktie kann natürlich noch weiter runtergehen. Definitiv kann nochmal um 80 Prozent runtergehen. Vielleicht, wenn echt nochmal schlechte News oder in einem schlechten Umfeld wäre das nicht unmöglich, glaube ich. Aber trotzdem ist das oft so, dass nach einem ersten Hype, der dann abflacht, irgendwann das Ganze so ein bisschen fundamental anfängt zu wachsen. Ich glaube, das ist ein Ding, was in den nächsten Jahren nochmal zurückkommen wird, aus meiner Sicht. Und deswegen ist Shopify für mich vielleicht auch gerade, weil es halt so ein bisschen risikoreicher ist, einfach mal ein schöner Sparplan, den man sich mal reinlegen kann, wo man jetzt jetzt vor allen Dingen nach diesem Crash einfach, glaube ich persönlich, nicht viel falsch machen kann. Dann die fünfte und letzte Aktie Microsoft. Microsoft auch so ein bisschen im Widerspruch natürlich zu Amazon, weil sie ja auch eine riesige Cloud-Sparte haben. Amazon mit AWS, Microsoft mit Azure. Ich glaube aber, dass das schon trotzdem eine gute Ergänzung ist. Ich glaube, der Markt Cloud ist so groß und wird so groß, dass das nicht schlecht ist, wenn man da auch vielleicht in zwei Unternehmen investiert ist, die da wirklich zusammen über 50 Prozent Marktanteil haben und die einfach in den nächsten Jahren einfach, glaube ich, da das Geschehen dominieren werden. Da gibt es noch Google natürlich, die signifikant natürlich wachsen, aber Amazon aktuell auf Platz 1 mit AWS und Azure, also Microsoft mit Azure auf Platz 2. Trotzdem eine schöne Ergänzung, glaube ich, weil abgesehen von der gemeinsamen Cloud-Sparte, die halt wirklich groß werden kann natürlich, aber die auch einfach deswegen so groß ist, dass man da auf zwei Unternehmen setzen kann. Ich habe ja auch schon Microsoft im Depot und ich habe Amazon im Depot, aber abgesehen davon unterscheiden sich die Unternehmen halt doch schon gut, also komplett andere Geschäftsfelder in den Bereichen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Ergänzung. Auch Microsoft nicht wirklich krass zurückgekommen, jetzt nicht diese eine super Einstiegsgelegenheit. Ich glaube, auch eher wieder eine Rückkehr zum Sparplan ist hier, glaube ich, die richtige Wahl. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr aktuell spannend findet. Welche Unternehmen habt ihr aktuell auf der Watchlist? Schaut ihr immer nach diesem einen Einstiegsmoment, wo ihr jetzt dacht, die Aktie muss ich unbedingt heute kaufen? Oder seid ihr auch eher so langfristig unterwegs und überlegt euch eher so Sparplanaktien? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.